Mit ganz viel Glück kann es auch Dildo sind. Es sind verschiedene Nahkampfwaffen. Du hast dann hier was zu futtern, du hast ein bisschen was zu trinken, du hast ein Rucksäckchen und das passt auch alles hier. Passt wunderbar hier rein. Zack, zack, zack. Bisschen was zum Heilen. Nix großartiges. Siehst du das an. Puff. Ich zerstör das jetzt gleich wieder. Ich wollte es nur mal kurz zeigen hier. Ja, auch siehst du drauf. Und das ist Startup-Paket. Und dann geht die Reise los. Genau. Ich fahre das dumm auf die Seite bzw. ich entferne das Grabmobil.